Mein Name ist Peter Kuhling. Ich bin ein spiritueller Berater bei www.orakel-tv.de. Das ist ein ganz neues Portal. Es steht für Ehrlichkeit, Treffsicherheit und Kompetenz von der feinsten Art, die wir je in Ihrem Leben lebt haben. Wir haben die besten Medien aus ganz Deutschland auf unseren Laien. Und es ist nicht wie jeder andere Laien, die einfach die Menschen oder die Berater absocken. Nein, es ist ein Laien mit Herz und Verstand. Und wenn Sie Lust haben auf eine Beratung, dann melden Sie sich bitte bei uns auf www.orakel-tv.de. Bis bald, Ihr Peter Kuhling.